Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Experten-Talk-Sendung von One X2 mit mir, Alexander Kaiser. Ja, wir haben ein Wochenende voller Highlights vor uns. Letzte Woche hat ja Maharaja den Amaric gewonnen im Schlamm im Modder von Paris-Vencenne. Das war wirklich eine tolle Leistung. Ja, auch die Pferde danach liefen sehr, sehr stark. Ready Cash, der wird seine Karriere beenden nach dem Prix de France. Das gibt es dann nächste Woche für Sie. Und ich hoffe, Sie haben die vorherige Sendung gesehen, denn da gab es einige Sieger. Ambro Goldeboe hat gewonnen für 90 für 10 und auch Sanity hat sich nicht lumpen lassen und hat ganz, ganz souverän gewonnen. Auch diesmal bleiben wir wieder in Paris-Vencenne. Am Samstag ist ja noch Cannes-sur-Mer, aber wir bleiben in Vincennes und springen gleich rein ins Programm hier, ins sechste und siebte Rennen. Ja, das sechste Rennen der Prix d'Avignon hier, also Gruppe Drei-Rennen. Das ist für den A-Jahrgang, das ist für die Stuten und für die Hengste hier. Ja, ein Feld ist mir natürlich ins Auge gestochen. Das muss es auch. Das ist Arkel Misha aus dem Stall von Moulin. Ecurie Victoria Dreams sind hier die Besitzer. Ja, war wirklich zweimal ganz stark gewettet, nachdem er in 13.3 gewonnen hat über 2.100 Meter. Das war auch sein Rekord. Danach hat es dann nicht mehr so ganz geklappt. Ja, die Victoria Dreams Pferde, ja, sie hapern ein bisschen in diesem Winter nicht so viele Siege wie in den vergangenen Jahren. Ab über 2.100 Meter ist Arkel Misha natürlich einer der gemeinten Pferde. Ja, ein Pferd von Basir hier, Ave Aves, mit dem lateinischen Namen hier, zweimal jetzt gewonnen hier und will zum dritten Mal ausholen. Aber das wird für mich zu schwer hier. Läuft einiges Geld gegen seine Gewinnsumme und hat es für mich ganz schwer in diesem Rennen. Für mich geht das Rennen über zwei Pferde. Adelie und Alaya Bur-O-Muel heißt das Pferd mit dem schwierigen Namen. Ja, die haben sich letztes Mal getroffen, die beiden Pferde. Da hat das Niva-Pferd hier die Nase vorn gehabt. Aber Adelie, immer in zu schweren Rennen gewesen, das war ein wirklich zu schwerer Rennen, das kann man wirklich sagen. Findet sich aber immer wieder besser hier, hat eine Bestzeit von 14.1 und letztes Mal, das war schon sehr, sehr gut aus. Ist auch wirklich getippt von den Zeitungen, das können Sie auch schauen am Wochenende im Pariethof. Alexandre Abriva ist der Fahrer hier. Die Stute ist 4, steigert sich immer wieder und er ist auch gut getippt. Deswegen gehe ich mal mit Adelie, das ist die Nummer 8 im sechsten Rennen am Samstag in Vincennes. Und dann geht es weiter zum siebten Rennen der Prix Rocket Pinier. Das ist ein Rennen für die dreijährigen Stuten, das ist der B-Jahrgang. Und hier ist einer der besten B-Jahrgangsferde hier, das ist Billy de Montfort. Ja, Billy de Montfort, die hat letztes Mal in Niederlage einstecken müssen gegen Be My Girl. Das war ein wirklich toller Kampf, da habe ich ja ein Basierfeld angesagt, der hatte überhaupt keine Chance gehabt. Basier hat wieder einen drin, drei Starts, drei Sieger dieses Pferd. Eine weiße Weste, die Billy de Montfort nicht mehr hat. Balzande Boos, ein starkes Pferd, zwei Mal ganz souverän gewonnen. Und jetzt geht es wirklich gegen die besten B-Pferde. Bestzeit 16,5, das ist natürlich nichts und wird natürlich hier versuchen, die Bestzeit zu steigern. Für mich gibt es aber ganz klare Opposition gegen Billy de Montfort. Denn Bardandu Olbet, das Pferd vom guten Larou, der sehr gut in Form ist, hat schon einen Sieg in diesem Jahr errungen. Ja, und der hat letztes Mal einen Kurs A ganz überlegen gewonnen. Das war wirklich super stark. Jetzt geht es wieder in ein Grupperennen und für mich reicht das aus, um auch Billy de Montfort zu schlagen. Billy de Montfort natürlich ein ganz starkes Pferd, aber ich gehe mit der Nummer 9 im siebten Rennen. Bardandu Olbet am Samstag in Vincennes. Und dann geht es weiter nach Vincennes am Sonntag hier. Auch hier habe ich zwei Rennen für Sie im Angebot. Einmal das fünfte und das achte Rennen. Wir springen ins fünfte Rennen rein, der Prix de la Man. Ja, und hier musste ich wirklich meine Augen wischen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Denn hier ist ein Pferd drin und zwar Beckmann. Ja, Beckmann, letztes Mal händevoll gesessen gegen On-Track-Piraten, On-Track-Piraten, der ja nochmal Ratscher geschlagen hat. Der ging aber so hoffnungslos unter. Aber die Zwischenzeiten, die waren wirklich zu höllisch. Beckmann hat sich in den Reihen gelegt, kam da nicht mehr raus, ist natürlich unter Wert geschlagen. Aber der Beckmann, der gute Beckmann mit 444.000 Gewinnsumme, das gewinnarmste Pferd hier. Und der wird sich hier warm anziehen gegen diese Vollkracher. Ja, da gehen wir gleich mal zu den höheren Gewinnsummen. Univer de Pant und Roxane de Barbré. Ja, Univer de Pant, letztes Mal verloren gegen, mein Tipp, gegen Yara Boko. Yara Boko wurde Dritter im Amerik. Also die Form von Univer de Pant ist natürlich ganz stark. Daugert ist hier der Fahrer und wird natürlich auch hier eine ganz scharfe Klinge geschlagen. Das Feld ist in sehr, sehr guter Form. Aber in diesem Rennen hat auch Roxane de Barbré endlich mal wieder einen Ansatz gezeigt. Jetzt saß Erika vorn drauf, aber diesmal wieder mit dem Lieblingsfahrer Pierre-Vercruz, der unter der Woche mit dem Derbysiege aus Holland gewonnen hat aus dem Jahre 2011. Und Yara Boko, mit dem war er auch Dritter im Amerik. Also für Pierre-Vercruz, da läuft es. Und Roxane de Barbré hat einige schwierige Rennen ausgelassen. Und für mich wollen sie auf dieses Rennen hier gehen, auf das fünfte Rennen am Sonntag, den Prix de la Marne. Also Roxane de Barbré, das ist die Nummer zwölf hier in diesem Gruppe-Dreiren-Gewinn. Für mich das fünfte Rennen am Sonntag in Vincennes. Und dann habe ich noch ein Rennen für Sie, das achte Rennen, der Prix de Beaufleur. Das ist ein Rennen für die Fünfjährigen. Das ist der V-Jahrgang, das ist ein Kurs-C-Rennen. Und da habe ich einen super Tipp für Sie. Ja, zwei Pferde spreche ich hier an. Das ist einmal Val Prestance aus dem Stall von Vincent Martens. Ja, wenn Sie mal in die Form schauen, das Pferd hat eigentlich nie enttäuscht. Hat zwar so seine Probleme mit der Gangart, letztes Mal als Dritter zu Hohenorts nach langer, langer Pause gut gegangen. Also der wird sicherlich ganz kurz stehen. Aber Verano du Reynal, die Form sehen Sie nicht vom letzten Mal. Der hatte noch in der Provinz gewonnen, davor in Cannes-sur-Mer. Sein Rekord gesteigert auf 13-4. Das sah wirklich sehr, sehr stark aus. Und auch hier sitzt Pierre-Vert Christophe, der das Pferd auch kennt. Guilleron, das ist ein Trainer aus dem Süden, aus Cannes-sur-Mer. Ja, Verano du Reynal, letztes Mal in der Provinz, wirklich ganz überlegen geworden. Und der scheint sich wirklich gefangen zu haben. Hat eine gute Ausgangslage am Auto mit der Nummer 4 und muss sich vor keinem verstecken. Also die Nummer 4, Verano du Reynal, gewinnt hier das 8. Rennen am Sonntag in Vensee. Ja, das war es schon mit unserer kleinen Tipps-Sendung hier. Nächste Woche bin ich natürlich wieder für Sie da. Schaffen Sie was an. Bis dahin machen Sie es gut. Ihr Alexander Kaiser. Tschüss. Tschüss.